Hallo Freunde, willkommen zurück in einem neuen Video, heute spielen wir Fallout Battle Royale mit dem Wolfram, hallo! Hi! Äh, wir spielen du wieder, und suchen ein Epis, so wie eigentlich das Video, aber wir schaffen es hier gerade. Ja, auf jeden Fall. Wollen, wann wir gehen? 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 Wollen. Okay, dann beantwortet er halt meine Frage nicht, aber das geht auch. Alter, alter Schwede. Hey, Leute, guckt mal bei diesen Spitzhack-Heider. Da war der eine Zahn so richtig winzig und der andere so fett wie wir uns so fett geworden sind. Ludwig, was hast du denn gefragt? Ich habe dich nicht gehört. Wollen, wann wir gehen? Wollen, wann wir gehen? Wollen, wann wir gehen? Ähm, ich würde sagen, wir gehen nach Schnittelschirn. Schnur mit ein bisschen Mayonaise auf dem Kopf und danach äh aber man weiß es nicht bei der S&P schießt die LR die andere auch war ein Thema Euro schmalzieht wir gehen zum Ohrenschmalz Ok wir gehen Ohrenschmalz Ohrenschmalz also so was möchtest du denn frühstücken ja Ahn Schmalz mit Ketchup und Mayo mhm das schmeckt ja lecker mhm leger leger wie mhm mhm Pascal Schuppern mit diesem Grunde genommen mit dem roten Backblink ich geh Blueberry mit dem roten Backblink von Heißkönig Schott für Geld es geht jemand Blueberry war auf uns ja hab ich auch gemacht ich hab aber die Waffe ich hab keine Waffe nein es waren zwei auf mich es waren zwei nein nein natürlich zwei und der andere finisht und jetzt holt er den wieder hoch natürlich ist so klar ja wir sind oben schnell geh doch einfach hoch natürlich ich sag dir doch gut an aber ja ich hab's geschafft halt halt Alter ich hab schon wunderschön Ich bin doch die verbändelt. Ich glaube, ich bin so tot. Hier, sieh an, krumm! Was? Ich sterbe. Auf jeden Fall, Leute, das war es noch nicht. Aber ich finde, ich bin ein bisschen besser geworden. Guck, das war nicht der Typ, weil du so denkst. Ich hätte das nicht noch sollen. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir gehen irgendwo anders. So, wollen wir fatale Felder gehen? Nicht fatale Felder, sondern großartige Felder. Aber ... Bitte ... Oh, 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 oh ... Auf jeden Fall, wir brauchen einen Schwimm-Shop und mit dieser Kack-Mut daran. Okay. Du, du, du. Was ist das denn? Ja der tut und mein auch nicht. Er gegonkt echt. Ich war gekonkt, gegonkt mit dem kong, kock. Was? Schon wieder das gleiche Bild? Warte mal was, wie geht das? Ich hab's nämlich auf random, warum ist noch wieder das gleiche Bild? Das gleiche Ladebild? Ladebild, leh? Nee. Tja, nein, ich bin schon wieder Leute. Wusstet ihr schon, dass das mein Bruder ist? Und... Oh, das fehlt man. Ver-e-tel, oder? Okay, ich bin jetzt im... Hm, na gut. Ich sag das Haus. Ich sag das Haus. Wolltet wieder das dritte Ding hin? Weil das ist nassens... Ja, okay, dann geht man doch halt wieder hin, aber da ist zu wenig nichts. Wir sind zwei Chester, falls man Glück hat, ne Taktik würde... Ich geh zu dem Haus daneben und hier ist ein Lama. Was? Nee, das holst du nicht, oder? Ja, okay, ich geh in den Wald und da hol ich mir das Lama. Nee, töt... Hütte dann... Töt dann den Typen. Nein. Ist doch... Ich hab... Ich hab hier keine Chester oder irgendeine Waffe. Im Wald. Oh, oh, hier ist ein anderes Lama. Ah, Quill. Oh mein Pick-Achsen. Nee, der Typ hat nen Waffe. Ah, ich hab den Heck. Ja, kill ihn. Alter. Ja, warte, ich gehs. Komm, hier hoch, Wolfram. Komm. Alter, bin ein Pumpgang, ey. Noch ne Diegel. Komm ihn. Nein. Warte, ich geh die Diegel. Ja. Geh mal den anderen Typen holen. Nimm dir die Diegel doch. Ja komm. Nimm dir doch die Diegel. Nimm dir doch die Diegel. Wo halb du sie? Danke. Ich hab ne anderes. 2. Komm, geh mal hier, diesen Lama-Typen. Okay, sie schneiden mich. Von hinten. Ja, schön, warte, ich hab... 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 Warte, komm, schnell her. Geht sie mir. Okay. Sie kommen, sie kommen. Wo? Es ist auch ein Wolf. Ah, shit, ja. Oder die Raven. Da, Luthekir verwende. Was? Oh, ein Packer. Komm, den holst du. Oder auch nicht. Na ja. Weil der ne Take hat. Alter, der Typ hat uns so gut... Ge... Gehittet. Mann. Leute, Leute, Leute. Auf jeden Fall... Abonniert unseren Kanal, falls ihr's noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke. Letzt ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und abonniert... Äh... Und teilt das Video mit euren Freunden. Das war's. Tschau. Tschüss. Das war's. Tänz,